Cheerio, meine Freunde! Willkommen zurück zu Dragon Ball FighterZ! Drei Sachen fallen mir auf. Erstens, hier gibt es ein... Okay, es gibt bösen Gineo, Klon Gineo, Klon Piccolo. Hier haben wir Klon Cell, Klon Gineo und Klon Nappa. Und was bedeutet, dass da oben Piccolo lebt wieder? War er tot? Und wenn, warum war er tot? Ah, hier oben. Da müssen wir Bureb... Oh, und wir haben Klon Vegeta jetzt dabei. Na, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, Reisen Rider. Wir haben Shoe Klon, Captain Gineo Klon, Cell Klon. Wovon haben denn Alice Klons gemacht, die Red Raven Army? Okay. Let's go! You got this. Come on, let's go! Okay. You really blew me away there. Okay, come on to the next one. Okay. Hey. Hey. ja das war die Okay. ja 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 das mit ja 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 Da! So! Alter! Einen Stufe auf hier und wir haben Gesundheitsregeneration erhalten. Ich glaube das ist nämlich doch mal Was? Ähm Ein Klon von Kid Boo, dem Zerstörer der Erde ist erschienen. Er hat das Feld eines Gegners übernommen und absolviert diesen, um sich zu verstärken. Er ist ein mächtiger Gegner. Aber wenn du ihn beziehst, erhält du tonnenweise Erfahrung. Leg dich mit ihm an, wenn du glaubst. Du hast das Zeug dazu. Das werde ich natürlich tun. Das kannst du ja wohl glauben. So. Ich nehme dir die Gesundheitsregeneration. Da. Ähm Ich würde mir erstmal sagen, wir gehen erstmal nach oben. Und Ja. Oh, KI-Füllrate erhöht. Das ist natürlich geil. KI-Füllrate. Ähm Ähm Ist er schlafen? Er war genau das gleiche, als wir hatten. Total schlafen. Er ist aus wie ein Licht. Denkst du, dass du etwas mit den Wagen haben könntest? Ah. Ah. Over there! Another Clone showed up! Ah. Alter, was für ein Team. So ein Goku, Vegeta und Trunks. Oh, das ist ja schlafen. Oh. 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 meine Intention gewesen. Au! Schluss mit dieser Abwehrerei hier. Tja! Hallo, Vegeta! Au! Stop! Pah! Oh! Au! So! Schluss jetzt! Ben just. So! Ende. Mach schon Boo, das ist schön. Alter, ich werde hier echt ordentlich verprügelt die ganze Zeit. Ich habe absolut keine Schnitte mehr gehabt. Boo, kennst du uns überhaupt noch? Oh, und übrigens, du leidst in der Erde. Boo! Hey! Hast du dich zu retten, Boo? Was ist passiert? Boo kann nicht gut gehen! Ja, über das. Du hast einige weine Wände zu denken. Lass mich erklären, was passiert ist. Na, Boo, das versteht. Hast du das alles bekommen? Ich beginne wieder von Anfang an, okay? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Du siehst? Es ist eine Säule inside uns, die uns helfen uns zu kämpfen. So, Säule in Goku... ...is... ...good Säule? Ja, gut Säule, gut Person, wirklich gut in fact! Oh, ja? Mr. Satan, gut Person, too! Boo, wie gut Person? You gut Person? You Boo's friend! You get candy! Oh, Boo will have candy! Hey, das ist okay. Boma wird dir das beste Pudding in der ganzen Universität. Was? Ich werde? Hä? Really? Better than Pudding, Boo ain't it party? Sure! Way better than that stuff! But you gotta fight on our side first, okay? Boo, understand! First to fight, then Boo get pudding! Are you really okay with this? Do you think you could even make pudding that good? You're gonna owe me for this, Goku! Ha 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 ha! Ach, Mann! Warum müssen wir... Ah, Boo is so... Keine Ahnung... Ja, ich werde Machu Bu aber nicht einnehmen, weil... Jetzt ist der ein Level Up, das ist wie ein Tutorial hier unten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das hier das Ende ist. Deswegen mache ich hier diese Runde. Gegen Nepper! Nepper, das ist so lange her! Du alte Flöte! Hm. 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 Ich bin nicht nur der Gesichter und Form, aber auch seine Macht ist das gleiche. Well, es gibt kein besseres Trainingspartner als das, ich glaube. Wenn dieses Ding hat den gleichen Kampfstil als ich, kann ich das benutzen, um zu lernen, über meine eigenen Feindungen. Das bedeutet... Äh... Aber... Er hat nicht... Er... Er... Also, er liegt nicht falsch! Ich glaube, das bei jedem kommt, der gegen seinen eigenen Klon dreht... Ich glaube, das muss ich mal, äh... Ausprobieren. Ach, nö, nicht schon wieder. Ach, nö, nicht schon wieder. Mist! Ich lade mich auf! Huch! Ich hab nichts gemacht! Nö, 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 nö! Was macht der doch? Was macht der doch? Pam! Und... Why... Nö,MSKS. Cuz wir hatten, weil… Irgendwie hat, äh! Tension Hunt keine Fähigkeit... Da sie jetzt dieses halber Kreis, und dann hin. Och, nicht rückwärts! Was ist denn los mit dir? ground1... Ähm, was war das denn? Shouzu daneben geflogen Warum fliegt denn Shouzu daneben? Was zum Teufel? Warum fliegt Shouzu die ganze Zeit daneben? Ah, Alter Das war sein, äh, Tri-Beam, also So, sehr schön Ach, hab ich nicht KPI-Pill-Rate Ähm, den Bonus da bekommen? Huch Da wollte ich doch eigentlich einsetzen So, Alter Entschuldigt, bin ich nicht ans Mikrofon gekommen So, machen wir mal Machen Boom aus, äh Auslocken nicht zueinander Versuchen zu besiegen So, wo ist denn der Kran? Hä? Hab ich die nicht bekommen? Oh, na doof Ein Teil eines Gegners zugefügten Schaden wird das Oh, das hört sich gut an Nö Nicht bekommen, ich bin schockiert Dann nehme ich mal hier dieses Teilabsorption Das hört sich auch gut an Level 13 Oh, ähm, ich glaube ich speichere erst mal Ja So Ja, weiter Weiter, weiter, weiter Ich wollte doch nur speichern So Okay Wir gehen ran Alter Stufe 13 Hallo Boo Wie kommt ihr auf Level 13? Man ist hier gerade mal Level 4 oder Level 3 Alter Okay Auw 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 Schnauze! Da-da-da-da-da! Bam! Sehr schön! oh Ja Booyah Yeah Stufe A Und alle mit vollem Leben Sehr fein So Dann wollen wir mal zum nächsten Boss Gesundheit erhöht Stufe 2 Okay Ja ich nehme mal die Übergesundheitsregeneration Beide alle Stufe Acht Sag mal Warbur treiben ich eine doppelt so hohe Gegner Okay Ähm Hä? Oh crap Weiß ich nicht, wenn ich weiß, was er will Alter, da macht mir Platz hier wegen seinen scheiß Moves Und das ist der erste Klo Bom 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 Wo wird's gemacht Jek Bom arently Kilake 2017 Interмотри Genic Quorum Werte 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 BAM! BAM! Hier! BAM! Wie nepp er da liegt mit offenem Mund! Alter, das war knapp! Dieses Tutorial hat mir ganz schön Kraft gekostet. Noch ein bisschen heftig. So, und jetzt? Piccolo lebt wieder. Findet C16! Blast it all! How is this possible? Why aren't their powers as diminished as mine are? This is unfair. How can I, the perfect being, be defeated? I can't! Ha ha ha! A sorry sight you were, Sel. Freeza! Hope you don't mind me. Observing this delightful spectacle from afar. Remember, we had a deal. A deal you chose to ignore just so you could run off on your own and fail miserably. Tell me. Tell me. How was your showdown with that filthy primate? Hm. I don't have to tell you anything. Ha ha ha! So that's how it is. Well, perhaps we can strike a deal. My subordinates have acquired information. That might be of some small interest to you. Oh, by subordinates, I assume you mean that over-choreographed circus troupe? What an embarrassment they are to your cause! I'm sure you're very proud. Ah, but yes. They are called the Ginyu Force. Does this not entice you? My precious intel, that is. What say you to a deal? Tell me what you mean. And I'd be happy to tell you what I know. Ah, Freezone Cells schon wieder. Das war schon in der Anime-Serie so. Aber die geben ein gutes Paar ab, die beiden. Wirklich. Echt ein gutes Paaring. Hey, ähm. Hallo? Wer ist das jetzt in meinem Kopf? Ha. Koku! Koku! Piccolo? Oh. Komm schnell, lass dich stark! Wer ist das? Und woher? Wo? Kapitel 5, Karte 6, Piccola lebt wieder, hier oben müssen wir hin, ok, gehe ich jetzt nach Sion. Ja, wie gesagt, ich will jeden Kampf mitnehmen, damit man stärker wird. Oh, ich will die Gehnte endlich haben. Komm her! Komm her! Komm her! Au! Kann ich auf? So! Echt, diesen Takt! Mach doch mal dieses Takt Kamiamiha! So! Alter, wieder sind! So! Pam! A mit! Takt! A mit! Gleif! Takt! 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 母Naga! Ich bin zu viel an Xenoverse gewöhnt. Da war es immer möglich noch. Da war man noch gewöhnt, dass man dieses Ausweich machen kann, während man angegriffen wird. Dieses Teleportieren ausweichen. Yay! Das war schön. So Leute, ich würde mal sagen, dass wir Piccolo dann aber erst im nächsten Part-Trip. Also bis dann, Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020